so jetzt kommt Wolfgang mit den Hiobsbotschaften, dass sie wahrscheinlich genau hier so einen verfickten Fahrradstandard für die Öffentlichkeit bauen, bei mir vor dem Laden, da kriegt die Krise, Alter, das darf nicht sein Wolfgang kommt heute strahlend an, der freut sich bestimmt, dass er mir was erzählen kann Achtung, auftritt, wolle Moin Wolfgang, was ist los? Moin, wieder nüchtern, wie wieder nüchtern? Ich weiß, wie war der Wurst da? War gut, war voll? Ich dachte mal, ich dachte mal, die üblichen Verdächtigen, was machen die da für einen Quatsch jetzt? Ich hab' ich noch gesagt, wie hier kommt Drei Stück machen wir, zwischen Bau und Rufkasten kommt einer noch hin, dann kommt hier noch einer, wo ich bin, drei Stück, drei Stück hat er gesagt, eins, drei und hier noch einer, er hat mir gesagt, drei Stück Hier kommt die rein, hier kommt die rein Das ist doch Blutze, was die machen über Einer hat, wir haben da vor, siehst du das hier, ja? Hier sitzt Edeln, der Fahrradkender, der Reif hier, so Ne, hier sitzt kein Fahrradkender, das passiert nicht, passiert nicht, passiert nicht, passiert nicht Ne, Moment Moin 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 Vielleicht bei dir einen neuen Sattel? Äh, nicht sowas Einen schönen, bequemen Frauensattel Dicken Popo Dicken Asch Ne, leider, leider nicht Okay Ciao Tschüss Ne, ich werde kurz sagen versuchen, hier kommt der Fahrradkender hin Hier kommt der Fahrradkender hin Hier kommt der Fahrradkender hin Das ist eng Da sieht man ja Hier, jeder hier kommt und der Nächste kommt wieder hier hin Und das ist so kurz, oder? Sag ich mir, meiner Meinung Die Abstand ist so kurz Das ist doch einmal, wenn nicht mal einen Meter Abstand, was die dann machen Das ist ja scheißegal, die Straße sieht immer milder aus, verstehst du das? Nein, da meine ich, das ist ja so kurz, der Abstand müsste ein bisschen weiter sein Da müsste mal hier ... Sag ich, wenn du sitzt, hier kommt der Fahrradkender hin Ja, ich weiß doch, ich weiß nicht, was du meinst Aber da, wo der andere Wagen ist, da kommt wieder der Weißling Da kommt wieder, können sie den Schweden machen, ungefähr Das meine ich jetzt Das wäre ja schlimm, da kommt man ja nirgendwo mehr durch Ja, ja, ja Stell dir mal vor, die Autos parken ja die Scheiße, oder? Ja, ja Dann musst du durch die Autos, musst du ja durch Ich dachte Wenn da jetzt noch ein Fahrradkender ist, wo willst du denn noch hin? Du kannst ja nirgendwo mehr auf den Bürgersteig, vom Bürgersteig auf die Straße, kannst du nirgendwo mehr Ja, die Rechte da jetzt, da runter müssen noch zwei runter, da runter, da runter, sonst muss der U-Bahn runter Wenn man verklemmt und vor den Zweig, da, da fehlen noch zwei Ja, die kommen alle, schießen alle bei uns an, das ist es ja, da fehlen wir, da runter fehlen noch zwei Oh, oh, hier ist schon mal los in der Straße Na, Thomas? Da muss wieder mal los sein, ja, jetzt haben wir auch hier nur da für die Zeit auf die Intensiviv rumgefahren, da rumgefahren Ja, ja Es ist nochmal was los Du kannst hier rumgefahren Das passiert jeden Tag bald, nein, bis später Bis später, Ulfgang Ciao, ciao Hey, hör auf, ey Ja, da hinten können sie machen Und da Ich hab Ich hab Das ist genau die Mitte, ne? Ne, gibt das nicht Also, gibt das nicht Vom Fahrradladen will ich keinen Fahrradladen Ich hab keinen Fahrradständer für öffentlich anschließende Fahrräder ran Also, geht nicht Wie gesagt, da muss ich das blockieren mit eigenen Fahrrädern Und nur Fahrräder ran Ja, kein Problem Aktivist so ranngekettet an den Fußboden, an den puren Boden so, nein, hier keine Fahrradständer Ich bin gegen Fahrradständer Fahrradständer ist kein guter Nachbar Stell mal vor, um Himmels Willen Ja, gleichfalls Ciao, ciao Soll ich jetzt trotzdem noch ein paar Wagen? Warte mal kurz Hör mal kurz Ich glaube, ich muss Ja, ich glaube auch Trotzdem, Prost Prost Guten Morgen Ich werde ignoriert Oh mein Gott, ich werde ignoriert Ich bin nur ein Mann, sprich du sehr Das war ein Facebook-Nutzer Das war ein Facebook-Nutzer Kein Kontakt, bitte mich einsprechen Ich war ja auch noch mal kurz unten Ja, hab ich gesehen Ich krieg dich da mit Ich bin ja in jedem Fall noch War Jetzt aber schnell Schneller zu essen Jetzt aber schnell Jetzt gibt es mir eine Oliven Aber schnell Schöne Sachen Ich hab alles bekommen, was ich kaufe Hast du gesagt? Ja Da wärs gut Wenn mal gibts Weihnachtsgäufe bei Ja, so weit bin ich bewusst Man lacht aber wirklich, ja Ja, aber es kann doch drei Monate dauern Nee Nein, ich muss jetzt nicht Spaß Naja, nee, ist aber richtig Es geht nicht schnell um, oder? Die machen alle so früh, alles Ja Ja, aber die Zeit vergeht ja auch schnell Ja, ja, ja Du musst ja noch nur vor Ich wollte Diesmal kannst du noch die Uhr zurückstellen Und jetzt, dann stellst du dir die vor Dann bleibt das so Ab März Ja, ja, ja Bleibt Sommerzeit? Ja, ja, dann bleibt das so Dann wollen sie ja dann so lassen Also, die Uhr haben alle da früh Und das sind ja nicht die Winterzeit Das sind ja, ja Richtig Dann haben alle da früh sind Und das ist ja so Bleibt die Sommerzeit, ja Show, liebe Leute, der Tommi ist wieder hier Und zwar ein alter Fräsche Revitalisiert Naja, nicht wirklich, aber Warum Zusatzbremshebel nicht geeignet sind fürs Fahrrad Oder warum es gewisse Zusatzbremshebel scheiße sind für so ein Fahrrad Oder eben nicht richtig funktionieren Nicht lange funktionieren Was auch Immer Sollen wir hier Alle Züge reißen am Hebel ab Warum? Da Der ist ohlgerissen hier Paradebeispiel hier bei dem Rad Da Warum? Warum ist das so? Weil diese Zusatzbremshebel, die herangebaut wurden Eine Fehlkonstruktion haben Gut, davon abgesehen sind es jetzt die günstiger Aber Wenn man bremst Schaut mal wo der Zug hingeht Ja Die funktionieren ja alles, alles richtig Aber ich simuliere jetzt mal mit dem Bautenzug drin Da steckt da drin Und die Bremse Guckt mal jetzt, was passiert Zack 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 Machen wir gleich weiter Ja Was denn? Was denn? Ne Braust du Schläuche? Nein, das ist jetzt meine Frau gemacht Ah ok Aber brauchst du Schläuche? Ja Ja Oh, vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank Ja, viel heiß Danke, Spinal mit Fleisch Guten Appetit Danke, danke Das ist gut Ja, schmeckt gut Oh Ja, ja, heiß Ja, super Ja, bitte, kein Problem So Danke Ciao, ciao Läger, läger Läger, läger Freue ich mich Das ist doch mal nett Man wird hier versorgen Ach herrlich Hallo Ja Siehste hier auch? Ja Ich bedanke mich Bis Ja, wollte mal die alten Schläuche ab Mal fahren und irgendwann weiter damit machen Das hat er zu essen gebracht Das hat seine Frau gemacht Mensch Das war frisch, richtig heiß Mmh 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 Sehr gut Mmh Sehr lecker Schnell Ja Ich könnte mal rin Mal gucken Und die drinnen sagen dazu Also Was nämlich passiert Wenn man dann hier Hin und her Und hin und her Und hin und her Und hin und her Bewegt ist Dass das natürlich abknickt Hier an der Stelle Und irgendwann wenn man ein Draht immer hin und her biegt Was passiert dann? Das ist natürlich nicht gut gedacht Normalerweise müsste diese Aufnahme hier Die müsste flexibel sein Sprich die müsste beweglich sein Das müsste so gelagert sein, dass wenn der Hebel denn nach unten geht Diese dieser Nippel auch nach unten geht Ja, damit das halt immer gerade bleibt Beim ziehen Und nicht so abknickt So Verstanden Hat wird einigermaßen gut erklärt Fakt ist Ich tausche das jetzt Ja, dazu kommt ja auch noch, dass das eben nicht alles Also das wird ja hier auch noch Ja, das kommt ja auch noch reingeschraubt hier Ich zeige euch das dann mal, wie das aussieht So jetzt sieht man hier sehr schön Wenn das jetzt eingeschraubt ist Dann schraubt der da oben lang Sozusagen jedes Mal Reibt quasi oben auf dem Auf dem Zug Na und wie lange soll denn sowas funktionieren? Das funktioniert halt nicht Also das funktioniert nicht Kann nicht funktionieren Nein, das ist Schrott Das ist eine Fehlkonstruktion Das macht doch keinen Sinn Das macht doch keinen Sinn eigentlich Ah, nicht Oh, da wieder durchgeschnitten Ja, da So, dann haben wir das Buch erledigt Ja, dann nehme ich mich nur Nicht schon zu viel Hallo 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 Hast du Zeit Hast du Zeit? Was musst du denn machen? Äh, ist nicht mehr viel eigentlich Nicht mehr viel? Nee Restmontage Restmontage Das ist das Schönste Das ist mein Ungarn Wieso? Wieso? Äh, ist doch weniger Arbeit Ist doch gut Naja Entweder ganz oder gar nicht Normalerweise sagt man ja noch Naja, also ich wäre mich sehr froh Ich habe nur Ich habe nur Da fehlen mir noch die Bremsen Ich glaube eine ist schon Und dann Ähm Wieder fehlen die Bremsen Also die Bremsen Bremsen Aber du hast das dran Zeig doch mal Jetzt hat er da was Ist das immer noch das von damals? Ja, das bezieht sich Aber irgendwie Äh Der Ding Wenn ich Zeit habe Für Du Helst Ei 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 Kein schönes Ergebnis Aber Erledigt Sooo Und dann hat man ebenso ein Bremsding Und die ist Weltnächste Das ist jetzt beweglich gelagert Würde man denken Aber das hat trotzdem nicht geholfen Nirgendwie so richtig Ist anscheinend auch abgebrochen passiert ja wenn diese nicht beweglich genug gelagert ist dann reistet einfach so bremszug erneuern sehen warum wieso ich hoffe sehr dass ihr gesehen habt weil die kamera ist halt wieder abgestürzt mal mal wieder das meint täglich braut ist der kamera tot ist der kamera tot aber natürlich auch sein dass hier der hier oben rausgerissen ist weil er zu heftig gezogen hat vielleicht schaut mal hier was hier passiert da kommt dann nämlich schon ran und wenn man dann und dann noch weiter zieht da ist natürlich oben der zug raus sehr gut die wenn du miko nacht leucht knete wahnsinn komm her super hundert gramm in der schachtel findest du deine nacht leuchtet ideen mit bastel anleitung ist das schön lieber leucht kneter als dicker ja das ist gut na willkommen zurück kommen sie her das ist ja party bastel anleitung party 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 happy ja sag mal haben wir Brot oben ja hab ich gekauft hast du auch gekauft ja die sieht aber toll aus ja 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 na lass sie nicht ausdrucken wenn du sie auspackst dann kommt mit die aus dann müssen wir uns zusammen zusammen machen das ist aber wie es ich aber mach mal zu wenn es drückt dann geht die so ja cool he ja jetzt bei mir kundest ja kannst du das nicht was mama mia Fledermaus Ein paar Verstrahlte vorbei. Voll drauf schon. Haben sich so in den Arm gelegen. So ein Tocken vorbeierlaufen haben. Und ich so wow. Test bestanden. Ihr dürft weiter. Ist noch nicht schlimm genug. Ich geh einen Schlüssel holen. Soll ich dich reinlassen denn? Kannst du drin glieden? Kannst drin glieden. Rückschrittschrauben ziehen mit hoch. Ach so, dachte du. Dachte du strengst dich an. Nein. Ich hab dich jetzt bestimmt eine Stunde lang so geschaut. Das ist gut. Nein. Der Skadi. Nein. Ja. 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 Jetzt machen wir ein bisschen Druck hier. Und schrauben fest. Fertig. Fertig. Das ist mir zu teuer. Der Thorsten will schon wieder ein BMX kaufen für 850 Euro und haltet. das Geld habe ich nicht. Das Geld habe ich nicht. Ich will auch, dass ich das bezahle. Aber da muss ich ihn nicht enttäuschen. Das Geld habe ich nicht. Ich habe kein Geld. Ja. Eddie Föhler. Eddie Föhler. Profi. Du hast die Puppe. Man ist ja furchtbar, wenn man so in den alten Zeiten festdenkt. Geht mir in den Ose manchmal. Kann auch nicht alles kaufen. so ich so eine kabelschere schnettet ab bautet ein und dann gucken wir mal ob es funktioniert haben wir aufpumpen so jetzt rennen wir mit es ist es ist fertig aufsetzen feierabend Detail Ruff, Schlitze nach vorne, Nasenhülse rinnen, Gang 1, Schaltbox aufsetzen und festschrauben. Zurück. Super. Perfekt. Läuft. Schön. Jetzt mal den Zug hier ran. Tja, muss ich mal sagen. Das ist fertig. Hallo. Sie sehen auf TV. D, D, O, B, O, Florian. So, und hier. So. So, liebe Leute. Ich räume schon rein. Ist ja auch schon spät. Und, ähm, der Tag ist fast um. Gleich sind 8 Uhr. Eine Stunde noch. Jetzt wird es schon dunkel langsam. Da ist nichts mehr los, ne? Also, irgendwie. Vielleicht kommt denen auch noch irgendwas abholen oder so. Aber ansonsten würde ich mal sagen, schließlich für heute. Jetzt ist nichts. Da hat es auch alleine alles weggeräumt. Gut, ich mache Feierabend. Ich bin zu Hause. Jetzt gibt es noch... ...Armbrot? Keine Ahnung. Fragen einen Blick zu meiner Frau. Wie sagt, keine Ahnung. Also gibt es kein Armbrot. Wir haben Würstchen. Wir haben Würstchen. Wir wollen ja doch, klar. Oh, schon, ja. Irgendwann herzhaftet noch. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Oder am Montag. Mal schauen. Macht es gut. Schlaft gut. Bis dann. Ciao.